Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, Scheineilig sitzt in der Stuben, wohlfrisiert die lieben Buben, Weihnachtspullover und Rotte grennt, mei, was dir sich wieder ausdachtend. Also, dann macht euch bereit, Scheineilig spielt jetzt einen Stadengruß zur besinnlichen Zeit. Wir spielen jetzt einen Stadengruß zur besinnlichen Zeit. Ja, dann mag ich schon mal Pferde-Drittenstimmung. Hey! 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 Musik Musik Und jetzt ist Bescherung Auuuuuuu Hier für dich Oh toll Das ist ja eine CD Ja ja Uiuiuiuiui Aus diesem Jahr Haha Ja da steht dein Name drauf Oh Ja das ist ja Was ist das? Pack's aus Pack's aus Aber ich glaube es ist eine CD Das ist ganz neu Mhm Ja Wahnsinn Erscheine in der CD Ja das ist ja noch Die Daten neu Ja da dam Sind wir am Weihnachten hier drauf? Nein Nein keine Weihnachten Ja super geil Keine Weihnachten hier nicht Nein das freut mich jetzt aber Ja Aber Wahnsinn Bloß eine Ja Ne Wir haben noch eine Ja Ich will das Stereo hören meine Musik Stimmt Deswegen am besten nochmal zwei kaufen Ja Fels mal auf Und der dritte zum weiter verschenken Die Dänen Dänen Dschüss Vielen Dank.